Sintolol and Ponyho. Holy Crap, because of this 1598% Heilige! 98% Forsenboys win Forsenboys win 98% Ich frage mich echt, welche Deutschen für Pony gebootet haben, wenn ich das so sehe. Guck mal, du weißt schon, dass wir jetzt mit Xixxu und dass du, Xixxu und ich... Ja, ja. Jetzt kann ich mal abgehen. So ein deutsche Team. Ja, ja, endlich, endlich, voll gut, ja, passt ja, läuft. Ja, jetzt spielen dann noch die guten Deutschen, das ist gut, ja, passt, läuft. Oh, die sind voll hart.